Wir sind Familie Lüchen-Stutthof. Wir bewirtschaften einen Milchviehbetrieb. Diesen Betrieb gibt es in der siebten Generation. Wir haben 135 Milchkühe mit 130 Jungrindern. Wir haben eine Fläche von 117 Hektar, wovon die Hälfte Ackerland und die Hälfte Grünland ist und haben im Jahr eine Durchschnittsleistung von 11.600 Kilogramm. Wir machen bei MyQTube mit. Wir machen mit der ganzen Familie Filme. Das ist auch bei uns am Betrieb, finde ich, das ganz Besondere, dass unsere ganze Familie da mitmacht. Ansonsten haben wir aber auch durch unsere Kinder sehr viele Gruppen bei uns auf dem Milchviehbetrieb. Dann haben wir Schulklassen. Wir machen beim Ferienpass mit von der Gemeinde. Wenn jetzt Familien sagen, sie kommen hier mit dem Rad vorbei, wir nehmen an der Fahrradroute vom Kreis Landvolkverband teil. Die Fahrradroute nennt sich Kikindland. Dann kann er sich melden beim Landvolk. Und dann kommt er mit einer Gruppe oder einer Familie, guckt sich unseren Betrieb dann an. Wir vier Kinder kümmern uns besonders um die Nachzuchten und die Jungrinder. Wir nehmen auch an Jungzichterwettbewerben teil und machen die Rinder dann fertig für die Tierschauen. Wir bemühen uns, geben unser Bestes und sind eigentlich täglich dabei, das Tierwohl noch immer weiter zu verbessern. Wir haben dieses Jahr nochmal wieder mitgemacht beim Milchlandpreis, weil man aus diesem Besuch von den Gutachtern jedes Mal wieder was für seinen eigenen Betrieb auch davon mitnehmen kann.